Ordnance ist inbound, auf! Rund complete, auf! Das ist jetzt die Frage. Hören wir die Explosion bevor wir den Mörser Einschlag hören? Wahrscheinlich schon. Wird's direkt zündet. Aber wir werden bestimmt... Ach, Schrauber kreist immer noch. Aber das werden wahrscheinlich nicht alle direkt. Ah. Ich glaube der Hubschrauber läuft schneller als wir. Das schafft 1200 Meter in 2 Minuten. Bestellst du noch mehr? Äh, ne. Kann ich nicht mehr. Ich hab die Video das jetzt auf 2 Kilometer bestellt. Wow, was war denn das gerade? Ja. Da kamen gerade alle Kugeln auf einmal raus. Ja. Wir haben keinen Support mehr. Wir müssten die Explosion glaube ich sogar sehen, weil es gibt nämlich eine Maximalreichweite, wo man die sieht. Groß für die View Distance. Sollte glaube ich reichen. Man hat ja auch immer die Einschläge gesehen von der Artillerie. Wir sind 1,3 Kilometer weg. Was babbelst du da unten? So. Ich hab grad den Skript noch... Kriegen wir den hier doch noch runter geholt. Ja, ich hab den Skript nochmal angepasst, dass der auch wirklich runter kommt. Juhu. Achtet darauf, dass der Sound verzögert ankommt. Oh Mann, sind die Wolken gar nicht von hier. Oder seht ihr die? Welche? Ey, warum fliegt der Hubschrauber noch? Welche Wolken? Ich hab auch noch nicht kaputt gekriegt. Von der Explosion. Ich hab wieder Escape der Detonation nicht abgehakt. Ihren riesigen...